Hallo, hier ist Ronja und ich habe das Gefühl, ich habe mich in den letzten, keine Ahnung, Reaktionssachen manchmal ein bisschen aufregen müssen, ja? Ob das jetzt die Dummheit der Menschen ist oder ob das allgemeiner Hass ist, der sich in mir angesammelt hat, man weiß es nicht. Aber deswegen gucken wir uns heute geniale Ideen an, die die ganze Menschheit braucht und ich denke, das wird mich froh machen. Okay, unser erstes Meisterwerk ist eine U-Bahn-Station, die den Leuten erlaubt, mit Flaschen zu zahlen, wenn du kein Kleingeld hast. Das ist einfach straight up genial. Ich meine, 2 in 1. Du musst deine Flaschen eh abgeben und dann hast du keine leere Wasserflasche mehr in deiner Handtasche und du kannst dir ein Ticket für die Bahn kaufen. Du hast weniger Schwarzfahrer, du hast weniger Müll, es ist alles in allem einfach nur eine saugute Idee. Ich bin großer Fan davon, herzlichen Glückwunsch. Das ist in China, also wie ich hier auch an den chinesischen Zeichen erkannt habe, bin sowas wie ein kleiner, ne? Fremdsprachen-Profi. Als nächstes haben wir eine Hundehütte. Außerhalb von einem Supermarkt. Mit, keine Ahnung, Klimaautomatik, Licht, Essen, Trinken. Mega gut. Was ist das? Eine Schaukel für Leute im Rollstuhl, heißt das Wort. Das ist richtig gut. Ich meine, die wollen auch schaukeln. Tüte mit Ecken, sodass die Pizza nicht rausfällt. Auch genial. Vielen Dank. Was ist das? Knöpfe in einem Fahrstuhl, am Boden. Die kannst du mit deinem Fuß drücken, wenn deine Hände voll sind. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Warum gibt es das bei uns nicht? Was haben wir hier? Oh mein Gott, das ist so praktisch. Du kannst den Korb nehmen und wenn du den roten nimmst, steht da, ich hätte gerne Hilfe. Und wenn du den schwarzen nimmst, heißt das, ich würde gerne alleine einkaufen. Das heißt, wenn du nicht angequatscht werden möchtest von irgendwelchen Verkaufstusen, dann nimmst du den schwarzen. Aber wenn du sagst, ich bin mir nicht so sicher, was ich brauche, nimmst du den. Das ist so gut. Weil was ist, wenn du zum Beispiel sozial ein bisschen, keine Ahnung, inkompetent bist. Oder du hast Angst und du möchtest keinen Kontakt mit Menschen. Bäm. Schwarzer Korb. Bester Freund. Das ist so clever. Das ist so clever. Du hast diese Lichter und es ist wie in der Garage. Und es ist wie in der Garage. Du weißt, ob Leute drinnen sind oder nicht. Es ist wie in so Tiefgaragen, wo du siehst von außen, wenn du die Straße langfährst, quasi ob da noch freie Parkplätze sind oder nicht. Das ist mega gut. Wisst ihr, wie oft man in dieser Situation ist von ich stehe vor einem Klo, aber ich weiß nicht, ob da jemand drin ist oder nicht und ob die Tür nur angelehnt ist, weil die Tür ist nicht richtig verschlossen, aber auch irgendwie nicht ganz auf und du fühlst es ganz. Das ist clever. Ohne Mist. Ich frage mich, warum es sowas nicht öfter gibt. Ich meine, das ist jetzt an einem Flughafen, aber das sollte man mal machen. Also falls einer von euch schon mal ein Ganzkörpergips hatte, ein Ganzkörper, ein Gips für den ganzen Arm oder für ein ganzes Bein, das ist echt kacke. Weil wenn du zum Beispiel, ich hatte das für den Arm zum Beispiel, ich hatte da so eine Schlaufe mal. Und wenn du duschen musst, musst du halt ohne, weil du musst ja trotzdem irgendwie duschen, sonst stinkst du. Profi, ne? Dann musst du das richtig umständlich machen, damit der Gips nicht komplett nass wird und du kannst es auch, es ist einfach unpraktisch. Von daher, clever. Da hat jemand mitgedacht. Was haben wir hier? Eine japanische Toilette mit Knöpfen, die Musik machen, damit keiner hört, wenn du auf dem Klo bist. Das ist richtig nice. Mein Papa hat so eine japanische Toilette, die sind richtig cool. Ich meine, ich weiß nicht, es fühlt sich voll futuristisch an. Du läufst auf die Toilette zu und die öffnet sich und du musst die nicht selber hochmachen. Die erkennt, dass du da bist und der Deckel geht auf und das Beste ist, dann geht so eine kleine Lüftung an, damit das Badezimmer nicht stinkt, automatisch, wenn der Deckel halt aufgeht, weil er erkennt ja, dass du da aufs Klo willst und die Klobrille ist beheizt. Und ich sage euch, ich schwöre auf mein Leben, ihr habt noch nie so ein gutes Gefühl gehabt, wie wenn ihr nachts aufs Klo gehen wollt und die Klobrille ist beheizt. Ich meine, im Gegenteil, wenn du quasi aufs Klo gehen willst und du bist nachts so, hm, und die Klobrille ist kalt und du fühlst dich einfach nicht gut bei der ganzen Nacht, es ist eine entspannende Erfahrung. Es ist einfach alles in allem, japanische Toilette, ja, Zucker. Absolut wunderbar. Das ist ein Picknick-Tisch für Kinder, Erwachsene, Jugendliche, für alle Höhlen. Das ist okay. Das finde ich jetzt nicht so faszinierend. Das sind Treppenstufen, die zeigen an, wie viele Kalorien du verbrannt hast. Gut, so, das ist jetzt nicht. Das ist clever. Das ist faszinierend auch. Der Stift sagt dir, wie viele Seiten Papier du noch damit schreiben kannst. Hier ist dieser Füllstand. Und hier kannst du noch ungefähr 80 Seiten schreiben, hier noch 65, hier 50, hier 35 und hier, Achtung, bald neuer Stift. Weißt du was? Mein Respekt. Und ich finde es auch faszinierend. Ich wusste nie, wie viele Seiten man mit einem Schriftstab. 80 Seiten sind gar nicht mehr so vielen. Ich dachte immer, so ein Stift hält länger. Oh, das gibt's bei uns sogar. Das gibt's bei uns sogar. Du kannst, äh, du kannst deine Flaschen am Rand von so Müllemmern aufstellen manchmal, damit die Obdachlosen sich die nehmen können und nicht durch den Müll füllen müssen. Was haben wir hier? Ich hab das Lego nicht gesehen. Das ist in so einem Schuh, ähm, Geschäft und du kannst gucken, wie, also das ist ja oft so, dass Schuhgeschäfte so was haben, damit du die, ähm, verschiedenen Schuhe testen kannst, vor allem, wenn du in so Wanderschuhläden bist oder, ähm, ich hab mir Boulderschuhe zum Beispiel gekauft, beziehungsweise mein Vater hat mir welche geschenkt und in dem Laden gibt's halt auch so kleine Tritte, wo du die dann ausprobieren kannst. Ähm, aber wer auch immer da Lego reingefüllt hat, ist ein Genie, was wir, ja, was wir nicht verdienen. Das ist auch clever. Da seh ich zwar ein Problem mit, wenn der Mülleimer auf einmal voll ist, aber, so, für den Anfang ist es gut. Gut, das wüsste ich jetzt nicht, wo das sehr innovativ sein soll. Das sind einfach Behindertenparkplätze. Wer hat denn, das ist eine richtige Kokosnuss, oder? Also hier steht ja auch Fresh Drinking Coconut. Es ist eine Kokosnuss. Aber irgendein Wahnsinniger hat da einfach einen Deckel drauf geschraubt, damit du die wieder zumachen kannst, wenn du fertig bist. Ähm, okay, ich mein, ich will nicht sagen, die Ideen lassen nach. Ah, aber am Anfang waren sie schon deutlich besser. Am Anfang waren das so richtig Ideen, wo du gedacht hast, bam, 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 die will ich alle. Ich will die alle und ich will sie in meiner Stadt und ich will sie jetzt sofort am liebsten auf die Kokosnuss mit Deckel kann ich verzichten noch ein paar Jahre. Die ist mir nicht so so ein Anliegen. Was ist das? Ist das? Okay, das ist eine Schwimmrolle, die hängt an den Linien zwischen den Autos, damit, wenn du deine Tür aufmachst, du nicht aus Versehen mit der Kante von der Tür ans Nachbarauto dotzt. Das ist, glaube ich, in der Theorie nicht doof, aber das wirkt echt unpraktisch, wenn du da aussteigen willst. Deswegen halte ich jetzt eher für so ein Improbeding. Also das sieht mehr aus wie als ob das irgendeine Mutter oder irgendein Vater in ihrer eigenen Garage eingebaut hat, weil die Kinder da zu blöd waren, die Türen mit Abstand aufzuhalten. Und normalerweise guckst du ja einfach, wo hört die Tür auf, wie weit kann ich aufmachen, hältst vielleicht deine Hand so ein bisschen dahinter, damit das nicht kaputt geht, weil das ist einfach unpraktisch. Das ist wild. Die Jacke ist gekoppelt mit dem Motorrad und die Jacke blinkt. Wenn du blinkst, dann sagt die Jacke entweder, hey, ich bremse gerade, das sagt sie gerade, oder die Jacke blinkt nach links oder nach rechts. Weil auf so Motorrädern ist das echt kacke zu erkennen, wohin die blicken. Das finde ich fasziniert. Okay, hier ist einfach nur ein Menü mit Pizza und das ist Pizza. Das halte ich jetzt weniger für genial. Das hier ist eine, oh, das ist tatsächlich nicht doof. Da kriegst du Pflaster und, keine Ahnung, so Desinfektionsspray und so generelle Medikamente an der Schule anstatt nur Süßigkeitenautomaten, falls du irgendwie mal was brauchst. Das ist echt nicht schlecht. Also, sowas ist generell, glaube ich, nicht doof. Vor allem, wenn du mal Kopfschmerztabletten brauchst oder so. Ich dachte, okay, oh mein Gott, ich habe erst gedacht, da hat jemand drauf gepinkelt. Ganz ehrlich, das war mein erster Gedanke. Aber, was das sagen soll, ist, du hast eine Bank und wenn es regnet, kannst du einfach hier an der Kurbel, also, seht ihr gerade nicht, da ist meine Kamera drüber, aber dann kannst du hier an der Kurbel kurbeln und dann kommt die trockene Seite nach oben und dann sitzt du auf einer trockenen Bank und dann kann das unten in Ruhe quasi durch die Luft trocknen und du hast keine nasse Sitzfläche nach dem Regen. Okay, 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 das ist schlau. Oh, du musst deine Hände waschen, damit die Toilette abfließt. Was ist das? Äh, Colorblind Viewer, du gibst Rot-Grün-Blinden mit dem Ding die Möglichkeit, die richtigen Farben zu sehen, wenn du dir die Landschaft anguckst, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber, wie? Ich meine, cool, dass es geht, aber wenn das so einfach wäre, könnten Rot-Grün-Blinde ja auch einfach eine ganz normale Brille aufziehen, wenn das ja einfach nur so Sachen sind, die man in die Linsen einbauen kann, oder? Sehe ich das falsch? Also, wenn das so einfach geht, dass man das tatsächlich in so ein Ding reinbasteln kann, dann könnte man ja auch einfach eine Brille aufziehen und dann hätte man das generelle Problem von Rot-Grün-Blind halt nicht mehr. Also, ich glaube, ich glaube, der Gedanke ist zwar nett, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Oh, das ist, okay, das ist, honestly, glaube ich, echt hilfreich. Das ist ein Mietauto in England und in England fährt man ja auf der linken Straßenseite und da ist ein kleiner Sticker auf dem, auf der Windschutzscheibe, also der da hochreflektiert, damit du daran erinnert, wirst du, hey, ich muss auf der linken Straßenseite fahren und nicht rechts, wie ich es gewohnt bin, aus jedem anderen Land, was nicht England ist. Okay, fair, fair, okay, was steht hier? Ich bin nicht verloren gegangen oder wurde allein gelassen. Das ist so eine Karte, die gibst du deinen Kindern, wenn die irgendwie alleine spazieren gehen wollen und damit Eltern nicht 24-7 bei den Kindern Helikoptern müssen und damit andere Leute sich aber keine Sorgen machen und die irgendwo melden. Okay, meinetwegen, ja, ist jetzt zwar weniger innovativ, das könnte man deinem Kind auch einfach alleine geben, aber fair nach. Lassen wir es mal durchgehen. Oh mein Gott, das ist echt clever. Du hast Toilettenpapier in deinem Toilettenpapier, damit du, wenn du mal irgendwo hingehst, ja, trotzdem erstmal hier dein Toilettenpapier für zu Hause hast, aber du kannst das kleine Toilettenpapier irgendwie in deiner Handtasche tun oder in deinen kleinen Rucksack oder irgendwie in dein Auto und wenn du irgendwie mal an der Autobahnhaltestelle aufs Klo musst, dann hast du dein eigenes Toilettenpapier, weil das ist da voll oft leer. Das ist tatsächlich gut. Das ist wirklich praktisch. Ich meine, da ist eh Platz im Klopapier selber. Warum nicht? Warum nicht nutzen für mehr Klopapier? Das war's dann aber mit dem heutigen Video. Schreibt in die Kommentare, welche Idee ihr am besten fandet und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!